Herzlich Willkommen in den Möbelsalon Assorti Die klassischen Möbel scheinen schön und auserlesen. Sie können auf den Möbelteil achten. Die Möbelteile machen den Eindruck der Ewigkeit. Der klassische Stil ist der besondere Geschmack, Außerlesenheit und Einmaligkeit. Die modernen Materialien schaffen die Vollkommenheit der Klassik. Die Klassik ist die Ewigkeit. Die Sofas Assorti im klassischen Stil sind die exklusiven. Sie sind weich und elegant. Die Eleganz ist in jedem Element dieser Möbel bemerkenswert. Die klassischen Möbel für das mittägliche Zimmer sind der Tisch. Der Tisch ist aus dem Massiv des Baumes gemacht. Und zwar die ausgeschnittenen Manuell-Kunststile, die Rücken der Stühle, die Armlinnen und die bequemen Stühle. Der Schrank für das Geschirr ist das obligatorische Element in der Küche. Der Möbelsalon Assorti bietet die Küchen und die Badezimmer im klassischen Stil an. Die Möbel werden in ein beliebiges Land der Welt geliefert. Sie versammelt sich leicht und findet sich zurecht, der Platz wenig einnehmend. Die Möbel werden in ein beliebiges Land der Welt geliefert. Sie versammelt sich leicht und findet sich zurecht. Die Möbel werden in ein beliebiges Land der Welt geliefert. Die klassischen Möbel Assorti für das Schlafzimmer unterscheiden sich durch die Maßstäbe. Die Schränke im klassischen Stil sind aus dem Eichenholz, der Buche und der Walnuss erfüllt. Die Elemente mit der Vergoldung oder dem Silber. Das Farbengammer der Bezüge für die Polstermöbel ist vielfältig. Aber die gemäßigten Farben dominieren. Herzlich Willkommen in den Möbelsalon Assorti. Das Farbengammer ist vielfältig. Das Farbengammer ist vielfältig. Das Farbengammer ist vielfältig. Das Farbengammer ist vielfältig. Vielen Dank.